Für viele Menschen ist Übergewicht eine lebenslange Belastung. Von starkem Übergewicht, der Adipositas oder Fettleibigkeit spricht man, wenn der Fettanteil im Körper übermäßig hoch ist. Vor allem bei ausgeprägter Fettleibigkeit ist es daher wichtig, unbedingt abzunehmen. Das ist aber viel einfacher gesagt als getan und erfordert viel Engagement und Durchhaltevermögen. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Gewicht zu reduzieren, wobei einige Diäten besser funktionieren als andere. Und viele Menschen wissen auch um die Gesundheitsrisiken von Fettleibigkeit und haben auch schon unzählige Diäten durchgeführt und ausprobiert, ohne den gewünschten Erfolg. Aber die Willensstärke zum Abnehmen nimmt mit jeder erfolglosen Diät weiter ab und ein ungutes Gefühl des persönlichen Versagens breitet sich immer mehr aus, wenn die gewünschte Gewichtsabnahme nicht gelingt. Im heutigen Video sprechen wir aber nicht über die unzähligen Diäten. Für Menschen mit ausgeprägter Fettleibigkeit kann eine Magenoperation in Frage kommen. Da solche Eingriffe das Leben erheblich verändern können, ist es wichtig, die Vor- und Nachteile gut abzuwägen. Herzlich Willkommen! Anatomisch gesehen ist der Magen lediglich ein dehnbarer, elastischer Muskelsack, der an die Speiseröhre anschließt und in den Zwölffingerdarm mündet. Den ersten Abschnitt des Dünndarms. Der Magen hat wichtige Aufgaben. Er speichert die Nahrung kurzzeitig, beginnt mit der Verdauung und gibt den Nahrungsbrei dann portionsweise an den Dünndarm weiter. Die Zellen in der Magenschleimhaut produzieren Magensäure, welche die Nahrung zersetzt und Keime abtötet. Das Einsetzen eines Magenballons ist keine chirurgische, sondern eine endoskopische Maßnahme. Die Methode wird über einen begrenzten Zeitraum angewendet und ist somit mit einer intensiven Diät vergleichbar. Hierbei wird ein Ballon im Rahmen einer Magenspiegelung im Magen platziert und mit Kochsalzlösung gefüllt. Der Ballon bewirkt eine Füllung des Magens und eine Dehnung der Magenwand. Hierdurch wird ein Sättigungsgefühl und ein geringeres Hungergefühl erzeugt. Nach einigen Wochen lässt diese Wirkung jedoch nach. Der Magenballon muss nach sechs Monaten entfernt werden, um eine Druckschädigung der Magenwand zu verhindern. Das Verfahren kann aber später wiederholt werden. Mit dieser Methode lässt sich ein Gewichtsverlust von etwa 30% des Übergewichts erzielen. Nach Entfernung des Ballons ist die Gefahr einer erneuten Gewichtszunahme im Langzeitverlauf allerdings sehr hoch. Der Begriff Bariatrie entstand in den 1960er Jahren, als die ersten chirurgischen Behandlungsmöglichkeiten der Fettleibigkeit vorgestellt wurden. Solche chirurgischen Therapien nennt man auch bariatrische Eingriffe, welche häufig am Magen durchgeführt werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der chirurgischen Behandlung. Bei einigen wird der Magen verkleinert oder es wird eine Umleitung angelegt. Dadurch soll je nach Operation erreicht werden, dass nicht so viel Nahrung auf einmal aufgenommen werden kann und dass sich das Sättigungsgefühl eher einstellt. Die Adipositas-Chirurgie wird in Deutschland in speziellen Adipositas-Zentren durchgeführt. Dabei arbeiten Teams aus Ernährungsberatern, Ernährungsmedizinern, Verhaltenstherapeuten und Chirurgen eng zusammen und regeln so die Vor- und die Nachsorge der Patienten gemeinsam mit den Hausärzten vor Ort. Eine Operation zur Gewichtsabnahme kann meistens ab einem Body Mass Index, dem BMI, von über 35 durchgeführt werden. Das optimale Verfahren für alle Patienten gibt es nicht. Daher muss für jeden einzelnen Patienten das geeignete Verfahren ausgewählt werden. Das bedeutet jedoch auch, dass ein Patient von der Entscheidung für einen chirurgischen Eingriff durch die behandelnden Ärzte über alle möglichen Verfahren sowie die durch sie hervorgerufenen Wirkungen und Nebenwirkungen informiert werden muss. Ein Silikonband wird per Schlüsselloch-Chirurgie wie ein Gürtel von außen um den oberen Teil des Magens gelegt, um einen kleinen Vormagen zu bilden. Dieser Vormagen kann nur noch wenig Nahrung aufnehmen. Dadurch schafft er einen kleinen Magen, in denen der Nahrungsbrei als erstes gelangt und einen größeren Restmagen, die beide mit einer sehr kleinen Öffnung verbunden sind. Dadurch wird der kleine Magen sehr schnell gefüllt und das Sättigungsgefühl setzt ein. Zudem muss die Nahrung gut zerkaut sein, damit der Brei zum Weiterverdauen in den Restmagen gelangen kann. Der Betroffene kann also nur noch langsam essen und weniger aufnehmen. Vorteile des Magenbandes sind, dass der Eingriff relativ komplikationsarm und auch wieder rückgängig zu machen ist. Das Magenband verhindert, dass der Patient große Mengen von festen Lebensmitteln auf einmal isst, versucht ein Patient mehr zu essen, bekommt er ein Druckgefühl im Oberbauch und muss vielleicht auch erbrechen. Heutzutage werden nur noch verstellbare Magenbänder eingesetzt. Das verstellbare Magenband hat eine Flüssigkeitskammer, die von außen mit Kochsalzlösung gefüllt werden kann. Bei diesem handelt es sich um einen unter der Haut eingesetzten Ballon. Dieser ist über einen Schlauch mit dem Magenband verbunden. Indem der Chirurg über den Ballon die Flüssigkeitsmenge im Band verändert, kann er die Weite des Bandes anpassen. Ein gut eingestelltes Band soll dazu führen, dass der Patient schon nach einer kleinen Menge gesättigt ist. Ein Magenband-Operation wird heutzutage fast ausschließlich über eine Bauchspiegelung durchgeführt. Ein Magenband birgt allerdings auch Risiken. Es kann verrutschen, einreißen oder sogar einwachsen. Da muss der Arzt es entfernen oder ersetzen. Das heißt, es ist ein erneuter Eingriff notwendig. Ist das Band zu eng, kann es Sodbrennen und Erbrechen auslösen. Manchmal reicht ein Magenband auch nicht aus, um genügend Gewicht zu verlieren. Der Patient darf nicht nur weniger essen, er muss mit einem Magenband seine Ernährung auch komplett umstellen. Das Magenband hat heute nur einen Anteil von etwa 5% an allen Verfahren, was durch die Langzeitkomplikationsrate und dem weiterhin vorhandenen Hungergefühl zusammenhängt. Der Magenbypass, die Magenverkleinerung per Umgehung Bei einer Magenbypass-Operation baut der Chirurg den Magendarmtrakt um. Er entnimmt je einen Teil des Magens und des dünnen Darms. Danach verbindet er den verbliebenen Magen mit dem restlichen Dünndarm. Er überbrückt also Teile des Darms und umgeht sie im Verdauungsprozess. Das hat den Effekt, dass weniger Nahrungsbrei im verkleinerten Magen Platz und er zudem einen kürzeren Weg hat. Dadurch verdaut der Körper weniger Nahrung. Da der Körper durch den Eingriff Nährstoffe schlechter aufnehmen kann, müssen Betroffene die Ernährung nach einem Magenbypass entsprechend anpassen. Vitamine, Spurenelemente und Mineralien muss der Patient nach einem Magenbypass über Nahrungsergänzungsmittel ein Leben lang zuführen, um keine Mangelerscheinungen zu bekommen. Mit der Standardmethode lässt sich das Übergewicht in den ersten zwei Jahren nach dem Magenbypass um etwa 60% reduzieren. Das liegt einerseits daran, dass der Körper die Nahrung schlechter aufnimmt. Andererseits spielt auch hinein, dass die Operation ein Hormon vermindert, das unter anderem für das Hungergefühl zuständig ist. Durch diesen Eingriff lassen sich neben der Gewichtsreduktion und dem verminderten Hungergefühl auch Blutzucker sowie Cholesterinwerte verbessern. Bei übergewichtigen Menschen mit verschiedenen Begleiterkrankungen ist das Risiko für Komplikationen bei Operationen immer erhöht. Zu diesen zählen allgemein zum Beispiel Blutungen, Entzündungen, schlechte Wundheilung oder auch Narbenbildung. Speziell beim Magenbypass kann sich der Restmagen wieder dehnen, wenn der Betroffene wieder übermäßig ist. Es kann Sodbrennen auftreten und die Speiseröhre kann sich entzünden. Die Schlauchmagenoperation ist heutzutage weltweit die häufigste Adipositas-Operation. Bei der Schlauchmagenoperation entfernt der Arzt drei Viertel des Magens. Die Form des Magens ähnelt nach dem Eingriff der eines Schlauches, daher der Name. Vorteile des Schlauchmagens gegenüber dem Magenbypass ist, dass sich die Anatomie von Magen und Darm nicht verändert. Auch die Magenfunktion bleibt gleich. Der Abnehmerfolg ist ähnlich hoch wie der des Magenbypass. Nach einer Schlauchmagenoperation kann sich der Magen im Laufe der Zeit aber wieder ausdehnen, wenn der Betroffene zu viel isst. Rückgängig gemacht werden kann der Eingriff aber nicht. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen nicht grundsätzlich die Kosten des Eingriffs, der Eingriff muss beantragt und von der Krankenkasse genehmigt werden. Neben den allgemeinen Operationsrisiken wie Infektion oder Narbenbildung können durch den Eingriff Organe auch verletzt werden. Zudem können die Nähte nach einer Schlauchmagenoperation Probleme machen und undicht werden. Das wiederum kann einen weiteren Eingriff notwendig machen. Zu den weiteren Schlauchmagenrisiken gehört, dass der Patient Sodbrennen bekommen kann oder auch erbrechen muss, wenn er zu viel isst. Zudem können bei einem Schlauchmagen Langzeitfolgen wie narbige Verengungen an den Nähten, Narbenbrüche oder Verwachsungen auftreten. Die Ernährung nach einer Schlauchmagenoperation müssen Betroffene nicht gravierend umstellen. Sie sollten aber ausgewogene, kleine Tagesmahlzeiten essen. Es kann angezeigt sein, Spurenelemente und Vitamine nach einer Schlauchmagenoperation, vor allem das Vitamin B12, durch Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Alle chirurgischen Eingriffe ziehen darauf ab, dass der Magen weniger Nahrung fasst und der Betroffene folglich schneller satt ist. Nach einer Magenoperation ist es wichtig, auf die Ernährung zu achten. Eine Magenoperation ist nämlich keine Garantie dafür, dauerhaft leichter zu bleiben. Um sich neue und gesunde Essgewohnheiten anzutrainieren, ist eine Ernährungsberatung sinnvoll. Zudem sollten Sie sich angewöhnen, langsam zu essen, kleine Portionen zu sich zu nehmen, möglichst fett- und zuckerarm zu essen. Ab wann eine Magenverkleinerung sinnvoll sein kann und welche Operation die passende ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Unter anderem vom Gesundheitszustand, vom Körpergewicht, von den vorliegenden Begleiterkrankungen und natürlich auch von den Erwartungen des Patienten. Eine Operation ist immer mit Risiken verbunden und nicht immer umkehrbar. Lassen Sie sich daher individuell und ausreichend beraten und wägen Sie mit Ihrem behandelnden Arzt den Nutzen und mögliche Folge- und Langzeitschäden ab. Holen Sie sich bei Bedarf vor einer Entscheidung eine zweite Meinung hierzu ein. Ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder zuschauen und wünsche Ihnen eine gesunde Woche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017